Ah, furchtbar, ich bin doch gewissnit, die Sound. Gibt Juvio auch was? Oh, ein Verstecker, dann bin ich mir. Guck dir an. Ich versteh das nicht. Na ne, die Hebel haben wir ja gedrückt. Das gibt's ja nicht mehr zu drücken. Ich versteh das nicht. Ich muss den ganzen Körper wieder löschen, weil ich noch mal ganz von vorne anfangen muss. Das war ja schon die Blöde, gell? Moment, Pall. Da macht solche Geräusche. Ohne Kontrolle haben wir noch erledigt. Nochmal alles angeboten. Ach, die Tausendgeschwindigkeit. Hammerkontrolle hier, Hammerkontrolle. Ja, dann. Gib was her. Gut. So. Hopsack. Nicht so. Hat man auch schon festgestellt. So. So. Und das war aber der Ghost hier. Ach, bin ich doof. Wegen diesen verblöteten Idioten vorne hab ich vergessen, die Tiere am Ende mitzunehmen. Toll. So. Jetzt. Oh. Ne. Fehler. Maßlose Blödheit des Spielers. Kein Fehler. Nur Blödheit. Ach, das. Ja. Welche waren jetzt, ne? Ach, das ist ein Ghost seiner, gell? Oh, der ist besser wie unser. Nemmer. Ghostsanzuhammer. Haha, wir ziehen jetzt Ghosts. Wir sind jetzt doch ne Ghosts. Äh. 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 Gut. Der ist besser wie unser Alter. Achso, den Rest haben wir ja. Also, noch einmal. Noch einmal. Gehen wir den Weg. Ach. Na komm. Habt euch nicht zu. Alter. Ach, jetzt werden wir ja wieder. Ja. Das war jetzt meine Blödheit, dass wir jetzt nochmal die Runde laufen mussten. Naja, was soll jetzt. Davon geht die Welt nicht unter, sagte Guntermunter. So. Äh. 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 Ich dürfte jetzt so hier. Aber trotzdem kennt man jetzt. Hm. Die Weichen noch ein Blünder. Äh. Ich muss Moni nochmal hellschärmer machen, weil das ist wieder so finster hier. Wie im Teddyklo. Finster wie im Bärenarsch. Oh. Mal sehen, ob sie jetzt wieder herzliche Rudi-Sherde spawnt haben. Frische. Frisches. Uh. Fuß. Ah. Schlockfuß. Cool. Souvenir. Souvenir. Hast du auch ein Souvenir für mich? Nein. 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 So. Hohoho. Ah ja. Ich soll immer sagen. So. Ja. Ich soll ich sonst sagen. Kuckuck. 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 Ne, klingt scheiße. Das ist auch schlimmer so. Gell. Ich muss Kuckuck sagen. Das klingt doch geklappt. Oder? Hast du noch ein Fuß für mich? Falscher mal stumpf. Mann. Da kriegst du ja. Was machst du für mich? Da kriegst du ja. Wenn du hier laufen rauf und runter hüpfst. Jippa. Ach. Jetzt müssen wir wieder arbeiten. Druck lesen. Kann ich nicht mehr. Ach ich das hasse. Du musst das Ding extra angreifen. Da darf man dann runterziehen. Mit klicken ist da nicht. So. Wo ist denn das falsch? Ah hier ist das. So. Kannst du wieder alter. Na gut. Dann waren dann immer die. So. Ach ja. Genau. Hier geht ja das Treppel raus. So. Mit Sacharos sprechen. Das ist immer der Fall. Weil da müssen wir zwei Munition verkaufen. Ach ja. Wirken was, was sich bewegt. Da lösen sie Barutis rum. Wo sie mal herkommen. Okay. Lust jetzt nicht mit den Ekylern. rum zu ärschern. Ich will jetzt zum Sacharos. Äh. Da denken. Gesichtsschisse. Sind nicht so besonders lecker. Die Fehler mache ich nur einmal. Schmerkfuß. Ja. Die Munition vom Papa. Ja. Ja. Die Munition vom Papa. Munition nicht. Dann haben wir auch richtig. Orange. So. So. Jetzt haben wir hier noch irgendwo. Ach ja. Kann man euch gleich verklingeln. Beim Proferso. So. Sacharos. Äh. Es ist ein bisschen hier mit der Zwischenzeit drin. Sicherlich. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir nicht. Oder doch. Hm. Schaube doch nicht. Nee. Und ich soll es euch zeigen. Na alter. Open the door. Hallo. Hallo. So. Du hast davor an Arbeit geleistet. Gefälscht. Und so. Jetzt da die Emissionen ausgeschaltet sind. Werden wir in der Lage sein neue Expeditionen durchzuführen. Und zuvor unbegehbare Bereiche zu erkunden. Und außerdem. Werden wir dir von jetzt an besondere Preise machen. Das brauche ich ja wohl. Thank you very much. So. Äh. Bla bla bla. Alles erledigt. Lager vernichten. Neuer Auftrag. Lager vernichten. Was für ein Lager vernichten. Wo. Ich bin wegen des Auftrags hier. Was. 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 Achso. Äh. Scheiße. Ich hab den Ghostanzug verloren. Ach diese Drecksau. Was. Ja. Es ist. Scheiß drauf man. So was. Unfeindes. Äh. Was. Das Schnorkel. Was. Welcher Auftrag ist. Es wird die. Achso. Was. Wir haben den Auftrag bekommen. Schmörklache ausgelösten. Verlässt ich noch gar nicht. Ich bin hier noch an. Ne. Bis dann. Warte mal. Geht mir auch nur was zum schießen hier für Trottel. Äh. Warte mal. Ich bin hier noch an. Was. Ich hab den her. Was kostet der. 30.000 drunter. Ach. Ist doch geschenkt. Das ist doch echt geschenkt. Die Drecksflinte würde ich nicht haben. Munition her. Munition her. Ja. Mit Munition. Kann ich nicht genug von kriegen. Äh. So. Jetzt verkaufen wir den mal lauter Klapparatatsch hier. Die haben wieder viel zu viel Grümpel. Okay. Die geht raus. Die geht raus. Die. 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 Äh. Die geht raus. Ich weiß nicht welche. Ne. Ich weiß. Aber ich glaube hier die müssen wir erstmal entladen bevor ich die verkaufe. Ach scheiße. Äh. Geben auch mal her. Verlassen. Bis dann. Alter. Ich muss erstmal die Blüten entladen. Hallo. Hallo. Hier. Okay. Das wird eine Flinte so verkaufen. Die ich dann. Wo ich mich dann ärger. Wo ich nicht entladen hab. Irgendwie bei der AK. Hallo. Hallo. Oh man. Das kann sich nicht scrollen. Furchtbar. Was hab ich denn jetzt an. Hallo. 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 Ach was hab ich denn jetzt von Anzug an. Oder der Panzerkabel 40. Das ist doch kacke. Was hab ich mit Panzerkabel 40. Na ja. Hallo. Oder was. Na schließlich sieht doch die Welt schon viel besser aus. Okay. Laufen wir halt mit dem Geschäft rum. Und was ist das von scheiß Anzug den wir da gefunden hab. Oh Gott. Damit kannst du nicht ein Krieg ziehen. Damit kannst du bloß über Erbe entziehen. Wo ist denn jetzt der Anzug. Wo ist denn jetzt da. und wer hat denn da. Ja. Dreck. weg damit weg damit weg damit weg damit ich weiß nicht ob wir noch etwas ganz besonderes strahlschutzanzug brauchen keine reine das biegt doch alles was ist mit der schrotflinte wieso habe ich eine schrotflinte die ich nicht verkaufen kann eine kurze schrotflinte merkwürdig ach vielleicht ist das irgendwie eine 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 für einen auftrag oder sowas kann das sein so was haben wir hier sechs schuss von den schrotz auch nicht aber im rest muss man noch brauchen das zeich brauchen wir überhaupt nicht ach scheiße ich verbruch das hier das soll eigentlich von der kanonin momentan ich weiß es gar nicht siebtel oder so handel weg damit verlassen das ist dann so ist jetzt nicht noch klar oder ausbrechen sollen neulisch wird da oben ich glaube es ja wohl nicht da schreibt immer noch so schönes labor x16 gelangen ich verstehe das jetzt nicht dass wir das jetzt verstehe ich nicht nicht mehr bis vorhin hatte ich ja noch halbwegs verstanden auch jetzt nicht falsch wirst du wo ich nicht in schnarchlaufer ach man wie ich denn was ja was ist hier falsch irgendwas stimmt ja nicht auch hier ja na wir haben doch die dokumente von ne egal wir machen das jetzt mal ein lager nicht wo ist denn das lager aha wo ist das hier das lager schnarchlaufer ja das lager aber das ist hier schon mal richtig läfter irgendwie hast du das gefühl nicht löst das ich noch ein anderer dafür brauche